So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon Go und ich freue mich eigentlich immer auf den Montag, ist eins meiner Lieblingsformate Max Out Monday, wo wir versuchen möglichst 6 Pokémon zu maxen auf Level 50, wenn ich, Voraussetzung ist, ein 100%iges habe und genügend XL. Deswegen sollt ihr auch immer Vorschläge machen, welche Pokémon ich maxen soll und ich bestimme meistens ein Titel-Pokémon, wenn ich was Cooles im Raid gefangen habe, wenn ich ein aktuelles Event-Pokémon habe, was vielleicht neu ist und 5 Vorschläge aus der Community werden dann noch gemaxed. Jetzt muss ich ganz kurz trotzdem nochmal kritisieren, euch, das fällt mir sehr schwer, ja, es ist nicht so ganz leicht, bei so vielen Folgen Max Out Monday die Übersicht zu behalten, was ist denn schon alles auf Level 50, was hat er denn schon alles gemaxed, ich verlange auch von niemandem, dass ihr alle Folgen Max Out Monday nachträglich guckt, bevor ihr unter eine aktuelle Folge Vorschläge macht. Das kann gar keiner, die Zeit hat gar keiner, es gibt neue Leute, die wissen noch nicht, was in den alten Folgen passiert ist, also wenn jetzt welche sagen, ja, woher soll man denn wissen, wenn man was vorschlägt, dass das schon 3 Folgen davor gemaxed wurde, das geht doch gar nicht, da verlangst du viel zu viel von uns, ich bin ja kein Unmensch. Ich sehe aber immer wieder Kommentare, wo man einfach ganz deutlich merkt, dass die Leute die Folgen einfach überhaupt gar nicht gucken, gar nicht, nichts, die denken, oh Max Out Monday, ich drücke drauf, schreibe 5 Pokémon hin und dann verlasse ich sofort das Video, ohne mir das Video angeguckt zu haben. Und deshalb bitte ich jetzt diese Leute, die das Format sowieso nicht gucken, sich gar nicht dafür interessieren, hört bitte auf, Vorschläge zu machen. Ich möchte bitte, dass nur die Leute Vorschläge machen, die das auch wirklich gucken, sich dafür interessieren, das Spannend finden, mitfiebern. Denn du merkst es ganz deutlich, wenn zum Beispiel ich am Anfang immer auf der Startseite hier meine Pokémon zeige, die gemaxen, dann auf Level 50 und obwohl man ganz deutlich die sieht, die hier da sind, sagen die Leute wieder, max doch mal ein Groudon, max doch mal ein Kyogre, max doch mal ein Mewtwo. Das waren alles Titel Pokémon, die sind alle oben, die sieht man in jeder Folge, das sage ich auch in jeder Folge dazu, trotzdem heißt es dann einfach, mach mal das, was direkt auf der Startseite ist, kann ich nicht nachvollziehen. Zweiter Punkt, ich habe eine Folge, da steht in den Kommentaren, max mal bitte zum Beispiel Krabbi. Ich gehe auf das Krabbi, ich maxe das Krabbi, am Ende der Folge sage ich, macht neue Vorschläge, was soll ich maxen? Und der erste Kommentar, der unter die neue Folge kommt, wie wäre es denn mal mit Krabbi? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass man sich das nicht alles merken kann aus den vergangenen 100 Jahren, wenn in einer aktuellen Folge ein Pokémon gemaxed wird und der nächste schlägt genau dasselbe Pokémon unter der aktuellen Folge aber vor, weil er die Folge einfach gar nicht geguckt hat? Oder man zeigt, das kann ich nicht maxen, das habe ich schon gemaxed, das braucht ihr nicht mehr vorschlagen und der erste Kommentar sagt genau wieder dieses Pokémon. Sagt mir doch dann also, dass derjenige das gar nicht geguckt hat. So, und mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Also es ist ja schön, dass ihr gerne kommentiert, aber hier soll das trotzdem irgendwie gesittet zugehen, wenn ihr so, das gibt ja immer die Leute, die bei irgendwelchen Videos schreiben, Erster, okay, dann schreibt halt Erster, Zweiter, Dritter, Fünfter, freut euch irgendwas, aber macht keine Vorschläge, wenn ihr euch überhaupt gar nicht mit dem Format irgendwie auseinandersetzt, dann lasst ihr halt weg. Das bringt sonst gar nichts. Ich habe jetzt einen Titel Pokémon, was ich maxen möchte. Wir hatten jetzt ein Event mit mystische Klinge irgendwas, Keldejo kam rein, da gab es ganz neu als Pokémon auch Krabox. Ihr seht hier ein Krabox, leider muss man das an einem Gletschermodul entwickeln. An einem Gletschermodul, was ich ja gerne mache ist, wenn ein Vorschlag da ist, auch von euch, dass ich erstmal die Endstufe entwickeln möchte. Wir haben letzte Folge sogar neue Regeln eingeführt, damit es jetzt wieder besser wird, Vorschläge zu finden, die man maxst. Wer letzte Folge aufgepasst hat, weiß Bescheid, das werde ich heute auch umsetzen. Ich persönlich möchte jetzt statt Krabox also ein Kravel maxen, weil ich das schon entwickelt habe, sodass man es jetzt überhaupt entwickeln kann. Krabox ist also Kampfeis, es sind genügend XL-Bombom-Star. Wir pushen das ganze Teil auf Level 50. Durch den Suchbegriff 4-Sternchen werden mir sowieso nur 100%ige Pokémon angezeigt. Gleichzeitig mache ich jetzt hier natürlich noch den Tag dran mit Level 50, dass wir jetzt also wissen, wir haben ein Kravel 100% Level 50 mit 3216. 3216. Kann man hier auch nochmal zeigen, ist vom 08.12. Das war also direkt im Event-Zeitraum. Kravel 8.12. 100% 3286. Jetzt gehe ich hier rein und gucke mir eure Vorschläge an. Ich habe schon wieder so viele dann gesehen, wo ich mir dachte, es kann doch nicht sein. Michael Meißleg. Ich würde Turtog oder Bisaflor. So oft habe ich Turtog und Bisaflor schon gezeigt, aber wir machen es einfach jetzt so, es gibt ja neue Regeln, dass wir eben nicht nur die Endstufe maxen. Wenn die Endstufe schon gemaxed ist, maxed man die Vorstufe und schon kommen viel mehr Vorschläge dran und können berücksichtigt werden. Also, Turtog ist schon auf 50. Wir möchten also ein, tja, entweder ein Shilok oder ein Shiggy. Und weil das in der Familie noch fehlt und das cool ist und das 100% ist und das eine Sonnenbrille hat, maxe ich einfach jetzt dieses Shiggy, zack, und habe damit von dieser Shiggy-Familie zwei von drei schon fertig. Das heißt, man könnte also natürlich nochmal Shiggy vorschlagen, dann würde ich einen Shilok maxen. Oder man kann direkt Shilok vorschlagen. So, normal hätte ich jetzt gezeigt, Turtog habe ich schon, geht nicht. Bisaflor habe ich schon, geht nicht. Aber wenn in der Familie noch was frei ist, wird jetzt eben in der Familie gemaxed, sodass wir alle irgendwann mal auf Level 50 haben und so kommen viel mehr Vorschläge wieder dran und ihr habt viel mehr Möglichkeiten, dass euer Kommentar zum Erfolg führt. Hat also gepasst. Shiggy auf 1069. Weil Michael jetzt einen erfolgreichen hatte, gehe ich natürlich zum nächsten. Er könnte aber Bisaflor wieder vorschlagen unter dieses Video für das nächste Mal. Weltenbummler sagt Botogel. Da muss ich jetzt selber mal nachgucken überhaupt. Botogel haben wir ein 100%iges mit Kostüm und ohne Kostüm. Wir haben auch genügend XL-Bomb-Bombs 2019, 2021. Mir gefällt der ohne Kostüm aber besser. Ich nehme einfach den alten mit Geschenk. Maxe den auf 1237. Und der bekommt jetzt hier auch eine Schleife. Ach, eine Schleife. Ein Level 50 Tag. Der hat geschenkt, der hat auch geschenkt bei der Eissturm, Eishieb. Hä? Eisturm, Eissturm, Eissturm, Eishieb. Gut, unterschiedlicher Tank. Botogel, fertig. Braucht ihr unter diesem Video nicht vorschlagen, ist schon fertig. Weil mit Kostüm, ohne Kostüm interessiert mich eigentlich gar nicht. Hauptsache eins ist gemaxed. Seht, wie schnell das geht. Ralf Köhler schlägt einfach mal Porender vor. Muss ich dich leider aber kurz enttäuschen. Porender laufe ich die ganze Zeit. Ich habe die XL noch nicht voll, sage ich jetzt einfach mal. Weiter habe ich die XL schon voll. Wollte das aber, weil ich so lange damit jetzt laufen musste, mal als Titel-Pokémon nehmen. Werde ich wahrscheinlich also nächste Woche machen. Also Ralf, ich habe die XL angeblich nicht voll. Deswegen müssen wir da noch eine Woche warten. Naja, dann gehen wir erstmal auf Rosana. Das ist ja alles... Ach, Balu, Rosana. Du meinst Rosana, ja? Rosana, 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 Rosana. Dritter Vorschlag, der passt. 2888. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das sieht wunderbar aus. Den haben wir letztens, glaube ich, noch gezeigt. Deswegen ist er jetzt hier auch dabei. 2888. Der dritte Vorschlag und das dritte Mal, dass es passt. Balu, kannst gerne weiter vorschlagen. Jetzt kommt der Kairo. Kairo, auch so ein Fall gewesen. Hat Swarones vorgeschlagen, obwohl wir Swarones in der letzten Folge gezeigt haben, dass das nicht passt. Aber wir haben ja jetzt die Stufen da vorne so. Swarones, Fiyaro oder Wumma. Guck mal einfach jetzt mal bei... Ne, warte mal. Ich gucke mal kurz bei Wumma, weil... Da fehlen die XL, da geht gar nichts. Neh, nehmen wir Swarones. Swarones haben wir hier auf 50. Und ich habe noch ein kleines Bicolente, guck dir das an Das habe ich immer für den Minicab genutzt Wir haben hier noch ein 100%iges Was ist mit dem los Wir könnten das jetzt maxen Dann sparen wir natürlich Dieses zu maxen würde 474.000 Staub kosten Dieses zu maxen 519 Also weil du Svarones vorgeschlagen hast Wirst du jetzt sogar noch belohnt Wir maxen ein Bicolente auf 968 Und machen hier auch den Level 50 Tag dran Ist auch fertig Die ganze Familie Und es wird sicherlich wieder Leute geben die drunter schreiben Max doch mal ein Bicolente Ich sehe es doch Also beide jetzt 100% gemax Die Familie ist auf jeden Fall Fertig und das ist trotzdem noch für den Minicab Übrig mit 489 1, 2, 3, 4 Das heißt Ein Vorschlag Können wir noch nehmen Smigto Raidgott Kannst du Max, Sachs und Trigefalo Oder wie es heißt Und Ordoch und Melmetall Fand ich halt auch schade Weil Ordoch haben wir letztens auch gezeigt Hier Ordoch Ist gemaxed auf 50 Fertig Und der Raidgott schreibt unter dasselbe Video Max mal Ordoch Und ich denke Melmetall ist auf 50 Meltan habe ich nicht Bleibt also Max, Sachs und Trigefalo übrig Max, Sachs Jetzt bin ich mal gespannt Max, Sachs haben wir eins ja gemaxed Und wir sehen Wir können auch kein Schafhacks maxen Dafür fehlen die XL Bomben Wir können aber auf Trigefalo Trigefalo 1, 2, 3, 4, 5 Die sind alle gemaxed Und wir nehmen einfach ein Duodino Weil es halt zur Familie noch gehört Und pushen das einfach hoch Und sind dann damit auch fertig 2079 Dieses Duodino Dann ist Trigefalo nämlich fertig Duodino ist fertig Fehlt nur noch Capuno Capuno Und würde sogar auch noch gehen Und das sind schon 5 Vorschläge jetzt gewesen Ihr seht wie einfach und schnell und gut Und unkompliziert das jetzt funktioniert Wenn ihr den Vorschlag macht Und ich die Endstufe machen kann Mache ich bevorzugt natürlich die Endstufe Ansonsten gucke ich jetzt immer in der Familie nach Und dann maxen wir alles Einzelne nach oben Das waren 6 Vorschläge 5 von euch Einer von mir Danke trotzdem an den Rest Der kommentiert hat Macht bitte hier unter dieses Video wieder Kommentare Es ist viel einfacher, viel einfacher Macht eure Vorschläge Was soll ich maxen? Schreibt es in die Kommentare Was findet ihr noch cool? Was ist euch aufgefallen? Ich wäre froh wenn wir mit der ersten Generation Irgendwann erstmal komplett durch wären Mit den Endstufen Aber da braucht man ein bisschen Recherche und Aufmerksamkeit vielleicht So Das war es ansonsten von meiner Seite aus Habt ihr ein gutes Grabbox bekommen? Schreibt es in die Kommentare Wir sehen uns heute Abend Heute Abend bei Chill mit Ramses Gibt es ein großes Zangl Special Erstens hat er wieder Jeden Tag ein Adventskalender Türchen aufgemacht Was ich mir angucken will Und ich habe drei Videos gefunden Die mich brennend interessieren Brennend Die ich heute Abend auch mit euch gucken will Vom Zangl So Das war es von meiner Seite aus Peace out for Haut Euer Ramses Bis dann